Die Ideenwerkstatt oben an der Vollme hat einen ganz neuen Ansatz und den bewundere ich eigentlich, denn bei der letzten Regionale 2013, da war es so, dass man erst Pläne gemacht hat und dann sind die Pläne mit der Öffentlichkeit diskutiert worden. Hier ist es ganz anders. Es werden Ideen gesammelt, wir haben Menschen von jung bis alt, die zusammenkommen und diese Ideen sind die Grundlage für ein kommendes Konzept und das finde ich positiv.